Die Farmer-Familie, die hier vor uns lebten, bestand Grain hier in der Attik. Es gab schwarze Partitionen, in denen das Grain wurde. Es war sicherlich eine Herausforderung, die Grain von Mäuse und anderen Tiere zu retten. Wir haben die schwarze Boxen gesammelt. Die Bauernfamilie, die hier vor uns lebte und wirtschaftete, hat hier oben auf dem Dachboden des Wohnhauses zu einem großen Teil Getreide gelagert. Dazu waren hier hölzerne Boxen, Abtrennungen sozusagen eingebaut und da wurde das dann reingeschüttet. Es war sicherlich eine ziemliche Herausforderung, das hier so offen liegende Getreide vor Mäusen und anderen Tieren zu schützen. Wie auch immer.